Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zur Kaderanalyse von Hansa Rostock. Die Rostocker spielen ja ein zweites Jahr in Folge aktuell in der zweiten Liga. Man ist im Abstiegskampf mit dabei, denn der Relegationsplatz 16, wie auch der erste direkte Abstiegsplatz, ist gerade mal vier Punkte weg. Kurz auf Weihnachten gab es einen Trainerwechsel von Hertel hin zu Patrick Glöckner. Unter ihm gab es zwei Siege, ein Remis und satte vier Pleiten. Deswegen kommt man nicht so richtig vom Fleck. Trotzdem glaube ich schon daran, dass Rostock auch erneut am Ende die Klasse halten wird. Unabhängig davon wird sich der Kader wohlmöglich im Sommer erneut auf einigen Positionen ordentlich verändern. Denn hier und heute blicken wir auf die Spieler, deren Verträge am Ende der Saison auslaufen und das sind satte 15 Spieler. Wir haben somit einiges zu tun, lasst uns somit nicht lang schnacken und die Frage beantworten, wer verlässt Rostock nach der Saison? Legen wir los mit Lukas Fröde, der im vergangenen Sommer nach einjähriger Laie vom Karlsruher SC fest verpflichtet worden ist. Und auch in seinem zweiten Jahr bei Hansa Rostock spielt ja für Lukas Fröde eine wirklich gute Rolle. In der vergangenen Saison war er schon gesetzt und egal ob jetzt anfangs in der Innenverteidigung oder auch nun wieder auf der Sechser-Position, führt an dem 28-Jährigen eigentlich nie ein Weg vorbei. Von 22 möglichen Spielen in Liga 2 hat er auch 21 gemacht, zudem auch starke vier Tore erzielt. Der 1,92 Meter große Sechser ist ein wichtiger Faktor eben auch unter Pratik Glöckner. Sein Vertrag endet, er selber kann sich wohl durchaus gut vorstellen an der Ostsee zu verlängern und auch bedingt durch seine guten Leistungen. Zuletzt scheint das meiner Meinung nach auch das realistische Szenario zu sein. Lukas Fröde und Rostock, ich glaube das wird auch über den Sommer hinaus weiter gehen. Grundsätzlich planen wir nämlich hier auch für die zweite Liga. Also ich gehe für das Video schon davon aus, dass Rostock Zweitligist bleibt und dann könnte man sicherlich auch daran interessiert sein, mit Frederik Ananou weiter zusammenzuarbeiten. Der 25-jährige bürtige Münchner ist ja im vergangenen Sommer aus Paderborn an die Kogge gekommen, nachdem er dort in zwei Jahren an der Pader nicht so richtig funktioniert hat. In Rostock hat man ihm eine neue Chance gegeben und die hat er bis dann ganz gut genutzt. Über weite Zeilen der Hinrunde war er der Nationalspieler vom Togo eigentlich immer mal wieder so zwischen Bank und Startelf unterwegs. Unter Glöckner spielte er aber wirklich eine sehr, sehr gute Rolle. In den letzten Spielen stand er immer in der Startelf und eben auch immer hat er durchgespielt, entweder als rechter Schienenspieler, als klassischer rechter Verteidiger oder eben auch mal als Innenverteidiger. Und meiner Meinung nach ist das eben auch der große Vorteil bei Frederik Ananou, seine defensive Flexibilität. Zudem mit seinen 25 Jahren natürlich auch noch Potenzial nach oben zur Steigerung, zur Verbesserung. Und deswegen glaube ich schon, dass man in Rostock durchaus daran interessiert ist, Ananou weiterhin zu halten. Meiner Meinung nach wäre es auch für den Spieler genau die richtige Adresse, sich in der zweiten Bundesliga durchsetzen zu können. Deswegen halte ich hier eine Vertragsverlängerung für das Szenario, was einfach am wahrscheinlichsten sein sollte. Ein anderer Außenverteidiger ist Andersson Lokocchi. Auch der ist im vergangenen Sommer zu Rostock gewechselt und zwar auf Leihbasis von Mainz 05 und eben genau dieser Leihvertrag endet nach dieser Saison. Lokocchi ist natürlich ein Spieler, der sich in den vergangenen Jahren in Deutschland durchaus einen Namen gemacht hat. Vor allen Dingen bei Arminia Bielefeld hat er sich sowohl in Liga 2 wirklich gut gemacht. Ist er dann zu Mainz 05 gewechselt in die Bundesliga und auch das war sicherlich ein Wechsel, der nicht so verkehrt war. Aber eben genau in Mainz hat es eben dann, je länger die Saison ging, nicht mehr so richtig funktioniert. Somit folgte der Schritt zurück in die zweite Liga und auf dem Papier sah das natürlich auch nach einem wirklich guten Transfer für Rostock aus. Jetzt ein gutes Dreivierteljahr später kann man aber möglicherweise auch sagen, so richtig gematcht hat es noch nicht. Lokocchi hat zwar einige Spiele gemacht, am Ende kommt er ja bis hierhin auf 11 von 16 möglichen Spielen. Oftmals aber auch er als Joker und auch unter Glöckner hat er jetzt zweimal 90 Minuten gespielt, aber die letzten zwei Mal auch gar nicht mehr im Kader gewesen. Deswegen ist für mich in diesem Video Anason Lokocchi der erste Abgang, von dem ich hier ausgehe, weil es eben ja auch so ist, dass die Laie endet. Man müsste ihn im Sommer also kaufen und das halte ich bei den aktuellen Leistungen für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ein Spieler, der sicherlich vor allem auch bei den Fans sehr beliebt ist, ist Lukas Schärf. Er ist gebütiger Schweriner, sprich er stammt von der Ostsee seit 2015 schon im Profiteam zuvor, die Jugendabteilungen durchlaufen und ist natürlich einer, mit dem sich sicherlich jeder Fan identifizieren kann. Problem bei Lukas Schärf sind ja schon in längeren Zeit die Verletzungsprobleme. Erneut fällt er ja aktuell aufgrund einer Knie-OP aus und konnte sich deswegen noch so gar nicht weder diese Saison noch in der Vorsaison in der zweiten Liga zeigen. Mit seinen 26 Jahren ist er natürlich auch in so einem Alter, wo es dann schwierig ist zu bewerten, ist er dann gut genug für die zweite Liga, wenn er denn dann mal irgendwann wieder so fit ist, dass er einige Spiele machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es da intern auf jeden Fall Zweifel dran gibt, wodurch ich, auch wenn es natürlich ein bisschen wehtut durch die ganze Story dahinter, davon ausgehe, dass man sich am Ende darauf einigen wird, diesen Vertrag nicht noch einmal zu verlängern. Eine sehr spannende Personalie für dieses Video ist meiner Meinung nach Haris Duljevic. Der spielt ja seit 2021 für Hansa Rostock, ist ja damals vereinslos gewesen, nachdem er zwei Jahre zuvor Dynamo Dresden Richtung Frankreich verlassen hat und ist natürlich ein Spieler, der rein fußballerisch, rein von der individuellen Qualität schon echt einiges mitbringt. Mit seinen 29 Jahren ist der Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina natürlich auch noch ein sehr erfahrener Spieler, den du natürlich in der zweiten Liga durchaus gebrauchen kannst. Unter Patrick Glöckner hat er die letzten Spiele auch nahezu alle bestritten und fast auch über eine sehr, sehr gute Distanz. Also unter Glöckner spielt er schon eine deutlich größere Rolle als noch zuvor unter Jens Hertel und dadurch ist natürlich auch eine Vertragsverlängerung deutlich wahrscheinlicher geworden. Was mich bei Duljevic allerdings noch so ein bisschen daran hindern würde, komplett 100% auf eine Vertragsverlängerung zu gehen, sind halt einfach am Ende die Leistungsdaten. Ja, er spielt deutlich mehr, er hat aber halt auch erst ein Tor vorbereitet und sonst keinen einzigen Scorer-Punkt und das ist meiner Meinung nach für einen Offensivspieler einfach zu wenig. Deswegen wäre hier meine Herangehensweise auf dem Markt zu schauen, welche Alternativen gibt es auf der Position, ähnliche Spielertypen scouten und dann mal gucken, ob die bezahlbar sind, ob sie besser sind. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man den Vertrag nochmal verlängert, weil er eben unter Glöckner aktuell eine gute Rolle spielt. Trotzdem für mich eine Geschichte, wo es noch nicht wirklich klar ist, wie das am Ende ausgehen wird. Ein Spieler, dem man natürlich im Profibereich noch nicht ganz so viel Bedeutung bislang geschenkt hat, ist Benno Dietze. Wir sprechen über ihn, weil er eben auch zu den Kandidaten gehört, deren Verträge am Ende der Saison auslaufen. Benno Dietze ist gebürtiger Rostocker, 19 Jahre jung und sammelt meistens Spielpraxis in der Oberliga Nord für die zweite Mannschaft. Sein Zweitliga-Debüt hat er aber auch in der aktuellen Spielzeit gegeben und zwar am Saisonanfang im Auswärtsspiel beim HSV. Da durfte er nochmal für einen kurzen Moment zweite Bundesliga schnuppern. Ansonsten im Profikader keine allzu große Rolle bis hierhin gespielt. Wie gesagt, wenn dann eher in der zweiten Mannschaft, war auch seit dem fünften Spieltag gar nicht mehr im Kader mit dabei bei den Profis. Und da ist halt dann so ein bisschen die Frage, wie groß schätzt man sein Potenzial ein und was ist mit ihm noch möglich? Denn natürlich ist es erstmal grundsätzlich interessant, einen 19-jährigen gebürtigen Rostocker zu haben, der zumindest schon mal in der Oberliga eine ganz gute Rolle spielt. Ohne jetzt Benno Dietze persönlich jemals wirklich abspielen sehen zu können, sage ich dann am Ende, von den Daten, die ich jetzt als neutraler Fan, neutraler Zuschauer so habe, würde ich sagen, ich würde seinen Vertrag nochmal ausdehnen und mit ihm nochmal verlängern, um einfach zu schauen, wie er sich entwickelt. Vielleicht auch dann in eine höhere Liga verleihen, Regionalliga, dritte Liga ist vielleicht noch ein Ticken zu hoch für ihn, aber Regionalliga wäre sicherlich ein ganz guter nächster Schritt, um sich einfach zu entwickeln. Deswegen würde ich hier dann noch, wie gesagt, nur rein von den Statistiken, die ich jetzt hier so vor mir liegen habe, sagen, den Kontrakt würde ich noch einmal ausdehnen. Etwas einfacher fällt mir dann die Meinungsbildung bei Svante Ingelsson. Ich persönlich bin nämlich ein großer Fan des Schweden, gefällt mir sehr, sehr gut, wie er einfach ein Mittelfeld einer Mannschaft wirklich beleben kann, mit verschiedenen Elementen, nicht nur mit Kreativität, sondern eben auch mit einer gewissen Physis- und Körpergröße. Ich finde Svante Ingelsson als Spielertypen unglaublich interessant. Sein Vertrag endet nach der Saison, Rostock besitzt aber, wie man hört, die Option auf Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr und mich würde es sehr, sehr stark wundern, wenn man diese Option nicht nutzen wird. Denn Svante Ingelsson ist ein Top-Mann für Rostock. 20 Zweitligaspiele, ein Tor und ganz, ganz starke sieben Vorlagen sprechen einfach für seine Qualität. Für mich gehört er ganz klar ins Zentrum der Rostocker hinein, mit seinen 24 Jahren auch noch weiteres Entwicklungspotenzial. Diesen Vertrag musst du auf jeden Fall verlängern, im besten Falle direkt um zwei Jahre, weil ich finde, die Geschichte passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und auch für Ingelsson selber ist Rostock sicherlich dann ein Sprungbrett zu einem größeren Verein. Nein, apropos größerer Verein, wenn man dann mal so auf die Scorer-Wette schaut, könnte natürlich auch vielleicht schon für die kommende Saison interessant sein, für andere größere Vereine, vielleicht auch beispielsweise in Liga 2 für Teams, die um den Aufstieg mitspielen wollen. Das kann ich mir dann schon vorstellen. Umso wichtiger aber eben auch, den Vertrag zu verlängern, um im Fall der Fälle eben dann zumindest eine Ablöse zu kassieren. Aber einer Vertragsverlängerung steht sicherlich erstmal grundsätzlich relativ wenig im Wege. Dong Jong-Li ist ja ein Spieler bei Hansa Rostock, der auch noch kurz vor Transferschluss gekommen ist. Da hat man ja unter anderem mit Van Drongelen, mit Lukukwi nochmal einige Spieler hinzugeholt, aus der Bundesliga ausgeliehen. Und dazu gehörte eben auch Dong Jong-Li. Denn der ist ja im vergangenen Winter aus Südkorea zum FC Schalke 04 gewechselt. Auch das auf Leihbasis. Diese Laie mit Schalke wurde aber dann im Sommer aufgelöst. Ulsan Hyundai, sein Stammklub, hat ihn dann weiterverliehen zu Hansa Rostock. Und somit ist er seit dem 1. September auch offiziell Rostocker. Und das eben auf Leihbasis bis zum Saisonende. Der 25-Jährige hat ja in Südkorea vor allen Dingen auch durch Kreativität und Technik überzeugt. In der 2. Bundesliga hat er sowohl auf Schalke als auch hier jetzt in Rostock noch keinen großen Impact gehabt. Acht Spiele hat er diese Saison gemacht, ein Tor vorbereitet. Und die letzten Male unter Patrick Löckner hat er dann mal ein paar Kurzeinsätze bekommen. Oftmals aber auch wirklich ohne Einsatz im Kader geblieben. Und natürlich hört man auch bei Lee immer wieder, dass es für ihn einfach etwas schwierig ist, sich in Deutschland anzupassen. Integrationsmäßig ist es nicht ganz so einfach. Und eben auch ist die 2. Bundesliga nicht ganz so perfekt für das, was er einfach von seinen Fähigkeiten mitbringt. Und deswegen gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass dieses Kapitel im Sommer zu Ende gehen wird. Dong Zhongli und Rostock hat bislang genauso wenig funktioniert wie Dong Zhongli und Schalke. Apropos Schalke. Ich als S04-Fan kann mich sehr gut daran erinnern, als Pascal Breyer gegen uns auf Schalke das Tor für Hansa Rostock geschossen hat. Und da hatte ich auch in der vergangenen Saison gesagt, sicherlich nicht verkehrt, mit Pascal Breyer einen erfahrenen Offensivspieler zu haben, den du immer wieder reinschmeißen kannst. Gut, in der aktuellen Saison wurde er aber dann doch nicht so oft reingeschmissen. In der 2. Liga hat er nur viermal gespielt und das waren alles an Kurzeinsätzen. Der letzte war am 9. Spieltag Mitte September. Denn danach ist Pascal Breyer aufgrund von Rückenproblemen ausgefallen. Im neuen Jahr ist er an sich wieder fit, stand aber noch gar nicht im Kader. Und deswegen ist für mich auch hier die Sache klar. Den Vertrag mit Breyer solltest du nicht mehr verlängern, weil es bietet für beide Parteien einfach keinen wirklichen Mehrwert. In der Offensive hast du einerseits gute andere Kicker, andererseits kannst du sicherlich auch auf dem Transfermarkt im Sommer nochmal zuschlagen und dich verbessern. Pascal Breyers Kaderplatz musst du eben dann auch mit einem anderen Akteur besetzen. In der aktuellen Spielzeit spielt er keine große Rolle mehr. Und deswegen ist für mich sein Abgang auch nahezu klar. Ähnlich sieht es meiner Meinung nach auch bei Rich Munzi aus. Der gebürtige Schweizer spielt ja seit 2021 für Hansa Rostock, aber es hat halt nie so wirklich funktioniert, seitdem er von den Würzburger Kickers hier an der Kogge spielt. In der aktuellen Saison acht Spiele gemacht, davon auch drei immerhin mal unter Glöckner, aber halt nicht mal als ein Tor erzielt. Und das ist natürlich für den Offensivspieler dann auch deutlich zu wenig, sowohl für die Ansprüche des Vereins, aber natürlich auch für die persönlichen Ansprüche des Spielers. Deswegen halte ich auch hier eine Vertragsverlängerung für nahezu ausgeschlossen. Das würde mich extrem wundern, wenn das gemacht werden würde. Auch Rich Munzi hat keine Zukunft mehr bei Rostock. Der nächste Spieler ist Ryan Malone und da haben wir dann wieder eine etwas andere Ausgangslage. Wir haben hier einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der über weite Strecken der Saison sicherlich gute Leistungen zeigt und auch größtenteils gesetzt ist. 19 Spiele in Liga 2 zeigen das ja auch zuletzt. Die letzten Spiele nahezu allesamt zumindest reichlich Spielpraxis sammeln können, auch wenn er zwischendurch gegen Heidenheim nur auf der Bank saß, ohne eingewechselt zu werden und auch gegen HSV nur kurz einen Satz hatte. Aber im Großen und Ganzen ist Malone noch durchaus auch weiterhin ein wichtiger Spieler. Und auch deswegen, glaube ich, will man mit ihm den Vertrag nochmal verlängern, vielleicht auch erstmal nur um ein weiteres Jahr, um einfach dort noch eine weitere erfahrene Lösung zu haben in der Innenverteidigung, weil man ja auch dort noch nicht ganz so weiß, wie es weitergeht. Ben und Dietze hatten wir angesprochen. Thomas Meisner spielt keine große Rolle. Dann haben wir eben noch Malone, Rosbach und Drongelen. Und deswegen wäre es sicherlich nicht verkehrt, Malone auf jeden Fall nochmal ein weiteres Jahr zu halten. So wäre für mich hier auf jeden Fall mein aktueller Plan. Einen Plan hat man bei Maurice Littger möglicherweise aktuell nicht mehr zwingend, weil man einfach gucken muss, wie sich die ganze Verletzungsgeschichte bei ihm erstmal entwickelt. Denn der fällt ja schon längere Zeit aufgrund eines Knorpelschadens aus, hat diese Saison keine Sekunde auf dem Platz oder nichtmals im Kader stehen können. Immer wieder natürlich traurig, wenn du sowas bei Profifußballern siehst, dass da einfach die Verletzungen einen kompletten Strich durch die Karriere machen. Und so ist es eben auch bei Maurice Littger. Der gebürtige Hamburger ist ja seit 2020 an der Kogge. Und ja, das Kapitel wird meiner Meinung nach im Sommer eben dann auch sicherlich zu Ende gehen. Klar ist es nie so schön, wenn es eben dann endet, weil der Spieler sich gar nicht mehr zeigen konnte aufgrund von Verletzungen. Ist ja auch ähnlich wie bei Luka Schärf. Aber es macht halt auch einfach rein sportlich, rein finanziell keinen Sinn, hier irgendwie nochmal eine Vertragsverlängerung anzustreben. Dafür weiß man eben auch gar nicht genug, ob denn ein Littger in Liga 2 überhaupt funktionieren kann, weil er ja dort zuvor noch nie wirklich so wirklich gespielt hat aufgrund der Verletzungen. Schade um den Spieler selber, blödes Kapitel sicherlich auch für ihn, aber das muss dann eben auch im Sommer zu Ende gehen. Ein Akteur, der sich über die Wintervorbereitung durchaus in den Fokus gespielt hat, ist Kevin Schumacher. Denn der 25-Jährige ist ja einer, der zuvor in Liga 2 eigentlich keine große Erfahrung hatte. In der Vorsaison ja auch erst zum ersten Mal mit dabei war bei Hansa Rostock mit einem Zweitligisten und auch da ja schon ordentlich Anlaufzeit gebraucht hat. Auch er hatte ja dann teilweise mal ein bisschen Verletzungspech. Und in der aktuellen Saison ist das aber durchaus weg. An den ersten sieben Spieltagen stand er immer auf dem Platz, dann dreimal gar nicht, aber auch eben dann seit dem elften Spieltag wieder konstant mit dabei. Und jetzt auch im neuen Jahr immer in der Startelf gestanden. Außer einmal, da ist er aufgrund einer Gelbsperre ausgefallen gegen Arminia Bielefeld. Denn unter Glöckner wird ja meistens mit Dreierkette gespielt. Und genau dort hat eben Kevin Schumacher die Position des linken Schienenspielers inne, wodurch eben auch dann beispielsweise ein Andersson-Lokokwi aktuell keine große Rolle spielt. Weil es eben auch Schumacher mit seiner offensiven Power, aber eben auch seiner defensiven Verbissenheit, würde ich fast schon sagen, einfach gut macht. Und auch hier haben wir, wie das Wante Ingelsson, die Option einer Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr. Und das wird man auch sicherlich machen. Mich würde es hier schon wundern, wenn man mit Schumacher nicht weiterarbeiten würde. Er macht es aktuell wirklich gut. Glöckner setzt auf ihn. Warum also nicht den Vertrag nochmal ausdehnen? Zwei Spiele haben wir noch und einer davon ist Rick van Drongelen. Der ist ja im vergangenen Sommer aus der Bundesliga gekommen, wurde da im Transfer-Dreierpack mit Lee und Lokokwi geholt. Er ja auf Leihbasis von Union Berlin. Und wer Rick van Drongelen kennt, weiß natürlich auch, in seiner Karriere gibt es trotz seiner 24 Jahren schon ordentlich Höhen und Tiefen. Denn wenn man mal überlegt, dass er ja 2019 mit einem Marktwert von 8 Millionen Euro und unglaublich wertvoller Zweidierkicker war beim HSV, ist es ja danach für ihn sowohl bei Mechelen und als recht nicht bei Union Berlin wirklich mehr gut gelaufen. Deswegen war es für ihn noch ganz wichtig, einen Verein zu finden, wo es vor allen Dingen darum geht, Spielpraxis zu bekommen. Und genau diese bekommt er ja bei Hansa Rostock. Mittlerweile kann man sicherlich sagen, ist er dort auch voll und ganz angekommen. Man könnte sagen, er ist auch der Abwehrchef als Linksfuß, als Führungsspieler, auch wenn er erst in Anführungszeichen 24 Jahre alt ist. Und deswegen ist es natürlich auch für ihn ein Klub, bei dem er normalerweise bleiben müsste, finde ich. Weil er ist meiner Meinung nach jetzt an einem Punkt in seiner Karriere, wo es ein weiteres Jahr auf jeden Fall wichtig ist zu spielen, verletzungsfrei zu bleiben und eben auch das Vertrauen des gesamten Vereins zu haben. Bei Union Berlin sehe ich ihn persönlich da auf jeden Fall nicht. Das Gute ist aber, sein Vertrag dort läuft noch zwei weitere Jahre. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall anpeilen, die Laie nochmal um ein weiteres Jahr zu verlängern. Kaufen, da sehe ich Rostock bei so einem Spielertypen dann glaube ich eher nicht. Wäre sicherlich schon durchaus teuer, das machen zu können. Vielleicht wird auch Union ein bisschen entgegenkommen, aber ich würde hier erstmal eine weitere Laie anstreben um ein weiteres Jahr. Da kannst du halt dann auch am Ende von allen Seiten aus nicht wirklich was mit falsch machen. Trotzdem würde ich auch sagen, ist aktuell noch so ein bisschen fraglich, ob er bleibt oder nicht, weil es eben da noch keine gesicherten Infos gibt und noch keine klaren Klauseln in den Verträgen. Aber Rick van Drongelen hat mit Rostock einen Klub gefunden, der genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach war. Und nun kommen wir zur letzten Personalie und das ist der Kapitän. Das ist, ja, man kann natürlich schon sagen, ein Spieler, der sich für den Klub seit einigen Jahren schon zerreißt, nachdem er 2019 von WN Wiesbaden gekommen ist, Markus Kolke. Kapitän der Mannschaft, 32 Jahre alt, Führungsspieler schlechthin und natürlich auch ein Spieler, mit dem sich viele Fans komplett identifizieren können. Und auch in der aktuellen Saison ist Kolke die klare Nummer 1 in allen Zweitliga-Partien über die volle Distanz auf dem Platz gestanden. Im vergangenen Sommer hat man ja mit Nils Jonathan Körber einen neuen Keeper geholt, von Hertha BSC als Nummer 2 eben auch, um sicherlich ein bisschen Druck auf Kolke zu machen. Ich finde, mit Körber hat man auf jeden Fall eine gute Nummer 2, dem ich auch durchaus den Sprung zu Nummer 1 zutrauen würde. Trotzdem gibt es für mich keinen Grund, den Vertrag mit Kolke nicht zu verlängern. Er bringt weiterhin gute Leistungen, ist Kapitän. Also warum den Vertrag nicht verlängern, müsste für mich auf jeden Fall eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit sein. 15 Personalien abgehakt, somit war das Video mal ein Ticken länger, ist aber natürlich auch logisch, sicherlich aber auch nicht zu lang und deswegen nochmal ganz kurz zur Übersicht verbleibt, ja oder nein. Bei Lukas Fröde bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass er bleibt. Bei Ananu spricht halt die Tendenz für ihn. Dietze, wie angesprochen, warum nicht, junges Talent. Mal gucken, wie er sich entwickelt, würde ich auch noch halten. Bei Ingelsson ist die ganze Geschichte auf jeden Fall klar. Malone vielleicht ein Ticken wackeliger, ich kann mir forschen, da sagen auch einige Fans, ne, da würde ich eher wen anderes für holen, könnte ich verstehen. Ich glaube aber hier eher an eine Vertragsverlängerung. Mit Kevin Schumacher und Markus Kolke würde ich auf jeden Fall weitermachen. Fraglich für mich auf jeden Fall Duljevic, kann ich nicht so richtig einschätzen, ob man da jetzt wirklich komplett weitermachen mit möchte oder vielleicht sich anders umschaut. Bei Van Drongelen will man sicherlich weiterarbeiten, da hängt natürlich aber auch vieles von Union Berlin ab. Abgänge sind für mich dann auf jeden Fall glasklar. Mit Lokogbi, Scherf, Lee, Breyer, Munzi und Lidgar. Die würde ich auf jeden Fall allesamt abgeben, weil ich bei denen keine Zukunft mehr bei Hansa Rostock sehe. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung abschließend in die Kommentare schreiben. Mit wem würdet ihr verlängern, wen würdet ihr abgeben und schlagt auch gerne weitere Teams vor für dieses Format. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.